Er hat sich zum Stammspieler gemausert. Er hat alle Fähigkeiten, um im defensiven Mittelfeld irgendwo weit zu kommen irgendwann mal. Ich sehe jetzt keine großartigen Schwächen. Er kann sich noch mehr zutrauen manchmal, aber auch er ist ein junger Spieler, der aus der eigenen Akademie kommt und sind wir sehr stolz darauf, dass er so eine Entwicklung gemacht hat. Vielen Dank. Vielen Dank.